Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Mit diesen Worten hat Bundespräsident Gauck uns den Weg zu einer verantwortungsvollen Flüchtlingspolitik gewiesen. Und deshalb haben wir in den vergangenen Jahren, weil unser Herz weit ist, die Augen nicht verschlossen, vor den Menschen, die Zuflucht in unserem Land gesucht haben. Und wir haben Zuflucht in einer sehr großzügigen Weise gewährt. Weil wir wissen, dass unsere Möglichkeiten endlich sind, wissen wir aber auch, dass man die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsbereitschaft eines Landes und einer Gesellschaft nicht überfordern darf. Dem wird der Gesetzentwurf, den wir heute in diesem Parlament verabschieden werden, gerecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017